Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es das kleine Stream-Highlight von gestern, wo ich die Nuklear mit der M14 erspielt habe und wir dann halt danach noch Dark Matter erspielt haben. Richtig krasses Teil geworden, was wir da vor der Nuklear gemacht haben. Die Leute, die dabei waren im Stream, wissen auf jeden Fall, worum es geht. Die, die nicht dabei waren, Pech gehabt, dass ihr nicht da wart, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Kann ja nicht immer klappen. Ähm, könnt ihr oben gerne mal abstimmen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich öfter mal auch so kurze Videos mache, so kurze Highlights oder sowas. Ähm, würde mich mal interessieren. Wenn euch das am Ende gefallen hat hier, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich auch drüber freuen. Ja, sonst habt noch einen schönen Tag, wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich zum nächsten Video. Bye, bye. Jetzt habe ich halt leider, wenn wir Dark Matter gleich erreichen, gar nicht mehr die Klasse jetzt normal. Müssen wir halt mit Thermal eine Nuklear machen. Damit kannst du ja nicht im Nachkampf spielen, das ist ja, das ist ja gar nicht gut. Oh, was ein Struggle hier. Was ist der andere hier? Oh, mit Thermal ist ja mal komplett schwer. Mit Thermal eine Nuklear zu machen, ist auch mal eine Challenge, ne? Aber eigentlich easy. Oh, und haben los? Alle hinter uns gespawnt. Oh, ein Hater, krass. Skrupellos? Lol. Oh, ich glaube, wir können auf Nuke gehen, ne? Thermal-Nuke? Wir sind, glaube ich, auf Streep. Unnachgiebig. Okay, 10 Kills. Mal auf Entspannung nehmen. War ein Reiniger. Ist ja weg. Und kommen wir mal hier außen rum. Total. 27 Kills. Okay, ja. Ich glaube, es wird ein Tripple-Kill zum Nuke. Huuu! Dicke Fass! Dicke Fass! Dicke Fass! Dicke, als ob das nicht als Weitschuss gezählt hat. Come on! Er setzt sich in mich rein. Dein Ernst? Hallo! So. Hey, oh. Dicke, was ist los mit dir? Wie er mich noch so anguckt und die Zähne noch so fletscht? Dicke, was ist los mit dir? Yeah! Yeah! Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt das geschafft. Ja! Yes! Wir haben... Bis zum nächsten Mal.